warte mal da heißt eine umbaba rauma ich gehe mir gar nicht mehr aus dem kopf raus ist doch kacke alter was ist kacke hört mal auf mit dem mongoshit schnauze 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 ich weiß nicht was da war da einer nein nicht auch schade gar die ganzen kill abstauben hier ab weil das bin ich habe ich bin ja ich bin ja mit der fahrer ich denke ich habe ihn nicht da war ja noch ein anderer hat davon war niemals die rede Und was läuft hier? Kann ich dich jetzt killen? Ich hätt grad voll Bock. Klaaah! Ich glaub nicht übertrieben oder so. Black Ops Mood, Black Ops Mood, Black Ops Mood, Black Ops Mood. Alter, ich treff einfach nicht. Ja, da ist einer. Fuck! Ist grad jemand gestorben. Da war der. Juli, da war einer. Ja, ja. Start bereit. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Klar! Ich war überhaupt nicht getroffen oder so. Nein, überhaupt nicht. Und da kann ich wieder ausrasten mit so einem Drecks. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Aufklärungsdrohne. Nur Zeit für die Vector. Na, fuck, jetzt hat er mich weggeholt. Redatorakete zum Einsatzbereich. Pff, klar! Ja, mhm, sicher. Und du kannst überall hingehen, auch immer steht hinter dir auch wieder einer und killt dich. Wo sollen Sie, glaube ich, über einen Herrier? Dudidodiduriduriduriduriduriduriduriduriduriduridur. Ja, pfff! Hab ich die stehen da oben auf der Reling? Oh, fach ich. Ich hab Leichtgewicht. Fuck, okay. Wieso schlucken denn diese Leute? Wieso schlucken denn diese Leute? Wieso schlucken denn diese Leute? Ohne Witz! Ganz ehrlich, das war ein Schlamm, Alter. Alter! Du bist nur noch von mir verreckt. Achtung! Feindliche Aufklärungsdrohle gesichtet! Vorräte bereit zur Auslieferung! Klar, Alter! Oh, so viel hinter der Mauer mit so einem Drecks-UMP-Schalldämpfer! Und tötet mich dann noch! Was eine Logika an die Bette! Ah, guck mal, schöner Plötter! Vorräte warten auf Zielvorgabe! Äh! Ey, Sammeikel! Achtung! Feindliche Aufklärung! Klar! Oh, das ist Handy bitte schon alles! Aufklärungsdrohle online! Ohne Spaß! Lol! Klar! Jaa! Der Feind blockiert unser Radar! Emiiiiihhhhhhhhhhhhhhhh! Fuu empresas! Feindlicher Voränder! Sch describing aber... Achtung! Feindliche Aufklärungsdrohle gesichtet! jetzt ließ also das was für ein internet und die bitteschön schießt dreimal an mir vorbei und tötet mich warum nicht ich hab dich am lieben noch angehenswert ja sicher Ja! Oh, genau. Oh, Alter. Alter, wie viel Schluck. So viel wie deinem, oder? Also sehr, sehr viel. Klar! Ich glaub nicht übertrieben, was wir da alles haben. Achso, das ist unsere. Nichts! Katze! Wo kommt ihr jetzt plötzlich von hinten her? Aufklärung droht im Vordergrund! Fuck! Oh, die... ... Oh, ja, Mann! Oh! Nice! Oh, haltet doch eure Klappen! Oh, fuck you! Oh, hab ich keinen Bock drauf! Oh! Oje, 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 oje! Oh, ich hab' hundertvierzig Punkte! Oh, ich hab' hundertvierzig Punkte! Oh, mach, 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 mach bitte, mach mal bitte Abstimmung, was das? Habe ich schon! Wieso, ich will die nicht. Hab ich schon... Nein. Geil, ist die Scheiße, die ist so zum Snipen geil. Nee, dann ist die Scheiße. Ja, Alter! Jetzt kommt eh Wasteland. Nee, Highrise. Warum kommt hier Nie Favela? Warum auch? Was? Was? Ich hab... Nee, ich hab... Ich hab noch nie Team Deathmatch gespielt auf Favela. Ich auch nicht, deshalb wunder ich mich. Und es ist ja keine Bonus, mein Bruder, kein gar nichts. Ja, gell? Alter, wie der einfach mal tausend Punkte mehr hat. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Der zweite von denen einfach mal so gut ist wie du, Juli. Wir haben... Wir haben... Wir haben drei Anfänge jetzt im Gegner-Team. Ja. Ja, was? Müssen nicht unbedingt Anfänge sein. Ja, ja. Kann auch sein, dass es Leute sind... Oh, pssst. Wollt's nicht pssstisch? Oh, ich wollte eigentlich snipen. Was ist denn mit pssst? Wollt's nicht angepasst. Wollt's nicht. Wollt's nicht. Ey, hier Slides ist auch wie Scheiße, Alter. Oh, Juli, geil. Danke. Ja. Wir haben fast verloben, aber auch nur fast. Jetzt ist halt kein 1 gegen 1, sondern halt ein bisschen mehr. Geil, Juli. Wir sind in Führung! Wir sind in Führung! Wir sind in Führung! Da war einer. Der kommt von der anderen Seite. Ha, wie die Dau... JUP! Klar, Mama, klar! Wot? Achtung! Feindliche Aufklärungsdrohle gesiegtet! Oh, Mann! Fuck! Hm, danke! Woll! Achtung! Feindliche Vorräte! Du kannst keine Money mehr! Hier wird die Map schon fast auswendig kriegen hier. Überhaupt nicht! Da unten halten wir! Achtung! Feindliche Aufklärungsdrohle gesiegtet! Klar! Sicher, Alter! Luuuuff! Äh! Da wollte ich gerade einmal abschließen! Klar, Alter! Mit mir ich einmal! Sicher! Hm? Okay, der war jetzt schlecht! Ohne Witz! Ich bin doch nicht mehr tot! Eisch eigentlich! Alter, die Dette sind 3A lang! Die Dette sind 3A lang! Feindliche Harrier im Anflug! Automatik sprayen, Alter! Was hier jeden Autotage macht und dann passt das! Wow! Yeah, 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 yeah! Camper! Ja, sicher! BAM! BAM! Kann's gehen! Ist rein! BAM! 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 Harrier! Dann kann man Harrier! Ich glaube, es ist hier, Alter und Camp! Jule kann's gehen, das rein! Er ist oben! BAM! 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 F***! Ich hätte nicht lange warten dürfen! Der Staple! Dauer bekehlt! Ja! Klar! Ach, Alter! Er steht in der Bumur Mercedes! Sicher! Jo! Die kommen die bestimmt alle so schnell daher! Ne, hab ich nicht! Jetzt hab ich nicht! vergesse ich nachzuladen klar, ja, ey jetzt frage ich mich echt, was für ein AIM die bittischen Hürden klar, vorräte zu uns he is that er ist echt klar klar ja wohl jetzt hab ich den Helikopter, fick dich oh nein wir werden besser nee, ich bin Platz 1 oh, geil, Alter ich hab mir das so du Huresohn war das das ich hab mich ich hab mich